Und wir sind wieder am Start. Ich fahre jetzt Dodge Charger in schwarz und ich meinen kackbraunen Camaro. Aber der ist nicht so kacke wie er braun ist. Ne. Schönes Auto vor allem. Da hinten ist doch der Charger. Ja, guter Kampfschrei. Charge. Ich bin schon der Letzte. Ich bin nicht mehr Letzte. Und wieder Rubens, dieser Pisser. Geh nicht aufhängen. Mann. Was passiert mir? Den schießt. Wow, Hilfe. Ich bin über irgendein Autoteil drüber gefahren. Ich kann weiterfahren. Geiler Crash. Ich bin über irgendein Autoteil drüber gefahren. Das hat mich so aus der Spur gerissen. Mich hat es in die Luft katapultiert, als sie mich hinten getroffen haben. Und wieder Rubel sich rast aus. Jetzt habe ich nur noch ein Reset, Alter. Ich habe alle fünf. Jetzt habe ich kein Reset mehr. Dann fahr ich gerade einen Müll zusammen. Dann fahr ich gerade einen Müll zusammen. Dann fahr ich mal eine Spitze hier. Unfalls kann ich nicht mehr raus, sonst habe ich kein Reset mehr. Jetzt musst du mein Werk vollenden. Ich bin Fünfter. Oh, Rubens ist weg. Ich glaube, die fliegen hier gerade alle raus. Das ganze Lobby ist weg. Dann fahr ich mal langsamer, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ne. So. Poink. Ich komme angecruised. Dann muss ich mich schnell wegdoctoren. Ich muss eigentlich den Chef Rolli Cruise fahren. Ja, das wäre gut. Was für ein Rennen. Mh. Gibt mir noch Fünfter, ne? Jo. In dem fünften Platz kriegst du ja auch. Da sind ja noch alle hinter dir gewertet worden. Oh. Noch ein schönes 360 zum Abschluss gemacht. Sechs Mann getrennt. Immerhin, ne? Sie haben keinen Sinn mehr in der Beziehung gesehen. Ja. Ja. Unter dem Schatten des Eiffelturms geht das Rennen so hin. Mhm. Der verrückt ist ein Crash, den ich seit langem gesehen habe. Mein Ziel, mit dem Auto in den Eiffelturm fahren. Ja. Und dann fällt er um. Ja. 14.000. 22.800. Es gibt's nicht, ey. 23.400 insgesamt. Und bald Level 29. Es gibt's nix. Bumblebee Time. Nur nicht in der Bumblebee Farbe. Mit dem Camaro SS. Amerikanische Power. In einem blanken Weiß. Mit ein bisschen Schmutz an der Seite. Schmutz? Aber wie auf der linken Seite sieht die Tür komisch aus. Achso, das soll eine Reflexion sein von irgendwas. Achso, ein Scheinwetter. Okay. Und die crashen sich schon, ne? Und der Idiot kann keine Kurven fahren. Aaaaah! Gass. Oh, da knallt's schon wieder. Ist doch schön. Lädt mal gleich durch zwei komische Crashs. Chat den Anschluss. Schadenfreude. Lass mal schleifen. APO 2000. Lädt mich mal kurz vorbei. Dankeschön. Oh, Schilder. Du bist erster, du Sau. Oh. Und hinter mir flattern die alle in die Mauer. Und ich auch. Sehr gut. Habe ich schon nicht der Axel. Nein! Jetzt guck ich nach hinten und werd noch viel verkackt. Hä? Hier ist was denn gekriegt? Ich hab nach hinten geguckt. Bin in die Mauer gefahren. Mich hat's gedreht. Direkt vorm Ziel. Und ja. Warum machst du denn sowas? Neugier. Schön. Nein. Das ist nicht schön. Ich find das irgendwie nützlich. Beteilte Meinung. Ey, letzte Go. Ich guck mal nach hinten. Oh, jetzt wird ich vierte. Könnte mir nie passieren. Lichte mit drin. nur 16.000 oh jetzt kriegst du auch noch mehr als ich schweinerei schweine ei und level 28 immer noch so wir sind jetzt in hongkong an wang chai gub und ich fahre jetzt nissan grün blau fairlady oder sylvia die holdemite die nissan 300 zx mit dem coolen flip-flop ich werde hier in der ersten kurve war doch so klar auf ansage ja das kann das schon für mich gelaufen ihr habt schon vier sekunden vorsprung weil ich im stehen gespawnt die geben sich aber alle mühe also du hast noch eine chance schießt mal ein paar ab die schießen sich hier gegenseitig ab ich habe schon einen fliegen sind einer stand doch gerade senkrecht der arme carlos der ist doch carlos carlos hatte gerade das problem was ich vorhin hatte fährt die ganze zeit und wird ihm vor ihm ein der macht realisiert und bums aber er fährt ihm drauf und schuppt den anderen weg alter der alfa romeo julietta fährt mit top speed in die kurve tut so perfekt die bande entlanggriden nur drei stücke in der kurve überholen so ein lach musste ich auch mal so sind wieder die autobahn und das rennen ist vorbei mehr oder weniger so gut wie wow nicht driften ich habe ja nur zwei sekunden rückstand auf den ersten wow es verkackt wieder keiner so richtig ja ist das ein dreck doch ich verkack und gebe noch meinen elften platz ab du warst ja total angestössener man sah na ich ja auch aber naja oh man scheiß mücke die fiel dir immer noch rum siehst du die hat sich einfach auf deinen controller gesetzt und hat dich in die mauer gehauen ja die ist schuld wo ist das rage spray rasch neun tausend siehundertfünfzig wow hat sich meine erfahrungsbalken bewegt alter walter und es ist schon wieder konvet time jetzt in okutama wieder mit cruiser und seiner konvet in rot und ob er diesmal mehr glück hat mehr dazu nach der werbung haus weg bitte auf geht's wieder hier rum tackled bam 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 oh mein gott bei einem crash nie außen fahren ich fahr außen mir geht's gut glaubst du da ja Leute die keine tür mehr haben die dürfen auch vorbeifahren ich hab ne tür ne ja links hast du noch boah alter warum stehst du hier verkehrt rum man kack hier wo geister autos um mich rum haha da hat gleich fünf mann aus der kurve gehauen sehr gut gefällt mir wie viel da bist du sechste boah boah ein stolzer dritter moin boah wow knapp ich bin das scheiß gucker da aber das ist das ist mal nicht rip frankreich diesmal war es einmal noch ein Auto oh man das knallt er gleich wieder in die heftigste fährst du hehehe hab ich doch gesagt ich sag jetzt einfach mal nix dazu ALTER du tust das go kart ram und es fährt einfach grad aus weiter und dich fetzt über die ganzen map ja da vorne ist der kongo ja stück durch wach du scheiße das war der mauer nachmache vormacher naja kommst du ja da durch du tust du tust nicht haa alter hab ich dich jetzt geschubst ne ich wollte grad sagen das sah mir nämlich erst so aus hehehe gute Schauspieler da hehehe acting 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 like a pro oh nein no oooooh mach doch platz ey jetzt bin ich jetzt falle ich noch weiter zurück wegen dir ja genau weil du vorher schon achter warst oder siebter oh boink 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 oh mein alter jetzt ist es vorbei es gibt Flügeltüren jetzt hehehe Flügeltüren glaub ich dir sogar oh ne jetzt kommt wieder die geile Steigung hier hehehe ich war das bergau alter furzelst du grad den berg hoch? ja sah gut aus oder? ja sah sehr gut aus hehehe guck mal nach hinten du siehst nichts mehr im Raum zu ne lieber nicht wo booweoweow wow数 ha Char brac auf keinen mehr hehehe ich hab grad die geilste Schraube im Grid 2 gemacht 9 ich bin gefühlt 20 Meter hoch geflogen mit genau mieux auf dem Räder dann wieder gelandet hehehe limus jetzt hab ich kein Video gehabt LOWNO in slow mo 360 schraube in grid 2 corkscrew da schreien die fans wenn der Kongo kommt schul sich noch ins ziel locker seitdem du kommst schon wieder in der Quinten das gibt's aber du bist noch 8 ich hätte mich so aufgeregt oh mein gott nur idioten das zweite mal hintereinander langsam wird's peinlich auf jeden fall ne 5-stelliger gewinn 8.000 was muss ich raten 14.000 nicht ganz 12 13.300 nicht mal mehr einen bonus gekriegt ich auch nicht ja bei dir ist mir das klar ich bin super gefahren es ist mp4 12c gt3 um das mal verdenklichen zu tun ist das nicht paris hier keine ahnung ne Barcelona war das die strecke hier wurde von messi steuerschulden bezahlt mhm wär aber ne teure strecke ein paar million waren das ja schon ja und der eine stummt mich schon wieder dieser pisser und reset und voll durch ja stirb mit einem scheiß bugatti verreck an der ps-zahl boah hast du den freien gehabt gerade den hab ich auch noch weggeräumt hier gerade in grün geschmeidig vorbeigedriftet mehr vorbei als gedürftet oh jetzt gibt er mir wieder einen stumm bei der mungo da Bubens ist wieder da ist der Doktor Kongo auch wer ist denn der denn hängt mit jedem spiel hinterher der verfolgt dich ja dann krieg ich immer noch mehr Geld als du boah ich hab kein reset mehr wollte ich erwähnt haben ja Frank, du bist jetzt auch dran hoch fahr doch du Idiot ey bleib mitten auf der strecke stehen der Depp ich lege zu viel weiter führst du dein Kotzkrampf ich unterdrücke ihn gerade noch hehehe oh Schikane das ist ne Schikane hehehe wie viel da bist du? 50? 50 hm blöke der rote vormer hat aber ein bisschen zu kämpfen Bugatti? ne ist ein McLaren Und wie viel Ich trau mich auch gar nicht so richtig an ihn ran Boah, wie ich mich jedes Mal abdrehe In der Kurve, ey Na Boah, hinten kommt der andere Morgen durch schon wieder Jetzt war ich froh, dass ich von denen weg war, ey Schon hab ich ihn wieder an der Backe kleben Oh was, schon zu Ende hier? Hab ich mir auch grad irgendwie gedacht Wieso bin ich jetzt dritte? Nehme ich mit Da beschwert das ich noch Los machen wir es, wenn du jetzt nur ein Ziel kommst, wirst du sieben Ja, die beiden roten zurecht, letzte Ja, durch die muss ich mich durchkämpfen Oh, da fliegen ganz schön viele wieder raus gerade Ich will noch mein Geld damit ich will nicht rausfliegen Naja, kriegst du jetzt nicht, du warst zu gut Ja, das kann sogar sein Blum, Lobby verlassen Ne, ich krieg noch Geld Sehr gut Ich auch 22.000 Lohnt sich ja richtig Kannst ein bisschen deine Corvette verbessern Ja Damit du die dann auch wieder zermördeln kannst Mhm Ja Nee Ja 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 Ja